Liebe Besucherinnen, liebe Besucher des Blogs Kronisch Leben, mein Name ist Jos van Aken. Ich bin der Blogger hier. Sie kennen mich ja teilweise schon. Heute geht es mal mehr um praktische Aspekte. Und zwar vor allem geht es um diese Videos, die Sie seit einiger Zeit hier sehen und teilweise auch hören, teilweise eben aber auch nicht hören. Ich weiß, dass viele meiner Gäste im Blog gehörlos sind oder Hörprobleme sonstiger Art haben. Und ja, wir wollen alle barrierefrei sein, soweit es geht. Die totale Barrierefreiheit gibt es meiner Meinung nach nicht. Die totale Barrierefreiheit wäre schön, aber sie ist kaum zu verwirklichen. Vielleicht gibt es sie auch gar nicht. Ich müsste dann nicht nur für gehörlose Besucherinnen und Besucher etwas bieten, sondern auch für Blinde. Ich müsste auf extrem bewegungsgestörte Menschen, auf gelähmte Menschen Rücksicht nehmen, sodass sie ohne Barriere inklusiv diesen Blog konsumieren könnten oder sich besser noch interaktiv darin bewegen könnten, indem sie zum Beispiel kommentieren und so weiter und so fort. Ganz ehrlich gesagt, diesen totalen Anspruch habe ich nicht. Der Aufwand wäre viel zu groß. Ich beschränke mich vor allem auf gehörlose Menschen. Blinde haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, zum Beispiel in Tablets, in Smartphones, sich zurechtzufinden, so gut es geht. Für Sehbehinderte und Blinde biete ich ja auf jeden Fall sehr viele Audioversionen an und will das auch weiter ausbauen. Mein Hauptproblem ist und bleibt zur Zeit technisch gesehen immer noch die Barrierefreiheit für Gehörlose. Ideal wäre ja natürlich, wenn mir zur Seite hier eine tolle Gebärdensprachendolmetscherin, ein toller Gebärdensprachendolmetscher stehen würde und würde simultan übersetzen oder meinetwegen auch hinterher übersetzen und ich würde das reinschneiden in Videos. Aber wie gesagt, sowas habe ich hier nicht im Hause. Ich habe schon mal im Keller nachgeguckt, auf dem Dachboden, in der Küche. Nirgendwo war ein Gebärdensprachendolmetscher zu finden und ich selbst bin zu doof und vielleicht auch zu alt, um noch Gebärdensprache zu lernen. So toll ich diese Sprache auch finde. Was bleibt da? Schlicht und ergreifend die guten alten Untertitel. Zunächst einmal der sprachliche Haken. Wenn ich geschriebene Texte habe, die ich dann im Grunde genommen nur ablese, ins Video oder per Audio, dann ist das alles kein Problem. Dann gibt es ja eine barrierefreie Version, eine reine Textversion auf jeden Fall auf der Seite. Im freigesprochenen Video, wie jetzt hier auch wieder, ist das was anders. Da muss ich im Grunde genommen, wortwörtlich, müsste ich untertiteln, was ich hier gerade erzähle. Nun ist Umgangssprache nicht unbedingt Schriftsprache. Das heißt also, ich werde oft schlicht und ergreifend etwas anders untertiteln, als ich spreche. Ich bitte, das nicht übel zu nehmen. Oft ist es schlicht und ergreifend auch eine Frage meiner eigenen Behinderung. Ich kann mich aufgrund meiner chronischen Erkrankung, dem Morbus Parkinson in etwas fortgeschrittenem Stadium mittlerweile schon, nicht mehr so konzentrieren. Das ist für mich etwas mühselig, einige Sätze mir zu merken und dann aufzuschreiben in die Untertitel. Es kann also sein, dass ich mich einfach vertue auch. Das zweite ist, der Zeitaufwand ist immens. Gerade für mich als chronisch Kranken, als Behinderten. Ich habe mal ausgerechnet oder mal mit aufgezeichnet, dass ich für etwa drei Minuten Untertitel, nur die reine Untertitelung, nicht der Schnitt oder sonst etwas, etwa vier Stunden brauche. Das ist eigentlich nicht zu vertreten. Mir ist es aber trotzdem wichtig und ich will es auf jeden Fall noch weiter versuchen. Ich hoffe ein bisschen auf Resonanz auch, sowohl Kritik, mach lieber das und das oder lass es oder so toll finden wir das alles nicht. Dann kann ich mir viel Arbeit ersparen, ehrlich gesagt. Ich würde es aber gerne weitermachen, weil mir daran liegt, sich von Inklusion nicht immer nur zu reden, sondern sie auch zu praktizieren, sie zu leben. Tschüss von Aken. Tschüss von Aken.